Die Key Account Management Online Akademie ist am Start. Die ersten Nutzer sind auf der Plattform. Es gab schon die ersten positiven Rückmeldungen, aber es kribbelt immer nur so ein bisschen im Bauch, ob alles reibungslos läuft. Ich würde Ihnen in diesem kurzen Video kurz mal einen Einblick geben in diese neue Akademie, was sich dahinter verbirgt und wie Sie davon profitieren können. Ja, wir sehen hier schon auf der Startseite die Produkte, die im Moment drauf sind. Es sind zweimal Online-Training drauf, Deutsch und Englisch. Es sind die klassischen Key Account Plan Vorlagen drauf, die schon viele, viele weltweit nutzen und als Basis für Ihren Account Plan nehmen. Und wir haben auch den Key Account Plan Fitness Check, Deutsch, Englisch und Spanisch mit dem Stefan Reihenken zusammen, sodass Sie uns auch einen Key Account Plan schicken können. Und wir geben Ihnen ein neutrales Feedback mal zum Thema Struktur, Inhalte und so weiter und so fort. Die Produkte gab es auch schon vorher. Es waren aber vorher einzelne Produkte, die man kaufen konnte. Und die beiden Online-Trainings waren auf einer anderen Plattform drauf, die aus unserer Sicht nicht so einfach in der Bedienbarkeit war von einem Nutzer und nicht so wirklich ein gutes Gefühl gegeben hat, wo stehe ich denn im Kurs, was habe ich schon bearbeitet. Wir können uns das mal kurz reinschauen. Wir locken uns hier mal ein und gucken uns das Ganze mal an. Wir gehen mit dem Account rein und melden uns an. Und wir sehen schon, das Erste, alles das, was ich vorher gekauft habe, in dem Falle meine Frau gekauft hat, war die Kurse Key Account Management Online, kurz in Deutsch, Englisch, das Vorlagenpaket und sie hat sogar den Fitness Check genommen. Das heißt, alle Kurse, die es momentan drauf gibt oder alle Produkte, die es drauf gibt, hat sie auch genommen. Und wir fangen mal mit dem ganz eifern Klassischen an. Key Account Plan Vorlagenpaket. Früher haben sie diese Produkte als Download bekommen. Heute sind sie hier auf der Plattform drauf. Was ist der Vorteil? Hier werden wir immer die aktuellste Version hinterlegen. Das heißt, auch wenn sie vor einem Jahr den Key Account Plan gekauft haben, können sie sich hier einloggen und immer die aktuellste, sich kontinuierlich weiterentwickelnde Version vom Key Account Plan einfach runterladen. Ja, wir gehen mal rein in einen Kurs, beispielhaft ihr in den Key Account Plan Deutsch. Und Sie sehen sofort die ganzen Lektionen und Sie sehen schon, erster grüner Haken, die Einleitung hat sie schon hinter sich gebracht. Da, wo es ein grauen Haken ist, da muss sie noch durch. Ein paar Informationen logischerweise zu den Autoren oder auch ein paar Buchtipps, die dazu passend sind. Hier sehen Sie schon das neue Key Account Manager Buch, was im Januar 2020 an den Start geht. Ja, wir gehen mal direkt auf Kurs fortsetzen. Kurs fortsetzen, das heißt, wir springen direkt dort rein, wo wir vorher stehen geblieben sind. Key Account Management, sagen wir mal, haben wir abgeschlossen. Und wir wollen rein in die nächste Lektion. Und das ist das ganze Thema Key Account Management heute Morgen. So ein bisschen im Überblick. Es gibt jedes Mal ein Video dazu, ein paar Informationen dazu und noch ein kleines Arbeitsbuch im Download-Bereich. Man sieht hier auf der rechten Seite sehr gut einfach die ganze Kursstruktur. Wenn ich hier aufklappe, Key Account Plan, die ganzen Unterkapitel, die dazugehören. Und ich kann so Stück für Stück das Ganze durcharbeiten oder direkt reinspringen, wenn ich sage, Mensch, was mich wirklich interessiert, ist nochmal das ganze Thema Lotion, Univail Proposition. Wie war das nochmal im Key Account Plan? Was ist da so besonders wichtig? Das heißt, alles auf einem Bildschirm drauf, leicht zu navigieren und dementsprechend gut durchzuarbeiten. Ja, dementsprechend, man kann auch seine Kontaktdaten leicht nochmal überarbeiten. Alles, was dazugehört. Und wenn man fertig ist, lockt man sich aus. Einfach Handbarkeit, alles auf einem Ort und auf einem Plan. Ich packe unter dem Video auch den Link. Wer gerne mal reinschauen möchte, welche Produkte dort am Start sind, gerne vorbeikommen und vorbeischauen. Ich freue mich auf Ihre Anmerkungen und Anregungen zur neuen Plattform und wünsche Ihnen viel Freude und jede Menge Erfolg im Key Account Management. Machen Sie es gut, Ihr Hartmut Sieg.